Herzlich Willkommen zu Raffen ist Lacherraum und ich bin eigentlich quasi gleich mal bei der ganz komplett am Ende und links ist gleich mal was das werden wir uns gleich mal wunderbar also Rabe Udin Rabe Rabe so da gehen wir gleich mal durch ja ich bin schon mal ein weiteres und weiß nicht wie wir die ganzen Sachen zusammen und weiß wie wir haben hier und gleich mal auch hier hier Hey noch mal eine Schadenskarte Uuuuh noch eine Schadenskarte da und die ich werde immer wieder die 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 Irgendwann hat man ihn, irgendwann muss man ihn haben. So, da ist so, von da kommt, also quasi von da würde man kommen. Links ist nichts, rechts ist anscheinend auch nichts. Also kann man eigentlich auch rechts da durchgehen anscheinend auch. Und Krab aus sollte halt natürlich dann wieder aufhören. Ja. Dann sollte bei der Seite hier das sein. Okay, dann müssen wir natürlich wieder schauen. Wo finden wir natürlich diese Sachen? Da haben wir mal eins. Warte, sieh mal da oben! Genau, aber wo ist drei? Was ist das? Ah, ich würde sagen, man macht es so. So, so, so. Ah. Halt. 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 Ah, du Drexer, du. Ach, geh scheiße. Halt. 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 Ach, komm. Ist er nicht brau, Alter. Gerade das Nährste, das... Oha. Ah, jetzt verkacken wir es. Oha. Pflanze. Nein. Oha. Ja, wie gesagt. Jetzt bitte. Ich bin da drin. Du, ich bin da drin. Du, ich bin da drin. Du, ich bin da drin. Und Cezanne! Ha ha. Und das haben wir jetzt. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Dann sollte rechts. Sorry. Wenn ich da ankommt bin. Rechts. so sind wir Perfekt, dann haben wir dann noch 3 Sachen, beziehungsweise 2 Sachen. Sollen wir halt weitergehen. Ich frage mich ob das auch mal geteckt wird. Ja, das wird eh wenigstens ganz nett angezeigt. Wenn wir jetzt da durchgehen, den einen Raben da haben wir beim Wasser. So, wir gehen jetzt einfach da durch und dann bei der Schmiede sollte dann noch einer sein. Vielleicht daneben, wo auch das jetzt vor ist. Wir werden mal aufpassen. Da haben wir ihn. Wir werden uns wirklich verliegen. Ich bin nicht stehen dran. Keine Ahnung. Ja, das ist super. Perfekt. Und das hier. Und dann halt noch eben noch. So, da müssen wir durchgehen. Dann müssen wir durchgehen. Dann müssen wir durchgehen. Dann müssen wir durchgehen. Beziehungsweise vielleicht ist das auch nur so ein Objekt was man macht. Dann im Grunde richter Punkt. So. Weg. Dann schufe. Genau. Und. Und. Soll ich hier. Dann mach das. Dann mach das. Angelegen. Da hab ich schon gut. Dann brauchen wir mal alles kaputt machen. Dann mach das. Kann auch sein dass der. Tja. Ist ja. Kein und leute. Das war's. Dann ein Dick schon. Los. Toots. Bewohl. Was Leute. Wir sind der nächste. Tschau. Vielen Dank.